Hallo, mein Name ist Christoph Derndorfer, ich studiere Informatik an der TU Wien und ich bin der Obmann von einem Verein namens OLPC Austria und habe da im Laufe der letzten sieben Jahren an sehr vielen verschiedenen Projekten und Initiativen mitgewirkt, wo es vor allem um den Einsatz von Technologie im Bildungsbereich geht, auch in Österreich und Zentraleuropa, aber ursprünglich vor allem in Entwicklungsländern. Ja, ich weiß nicht, wie provokant das jetzt wirklich ist, aber eine meiner Thesen ist, dass wirklich eine analoge Bildung einfach nicht mehr zeitgemäße Bildung ist. Also so, wie sich die Welt jetzt mittlerweile verändert, es werden so viele Prozesse und Lebensbereiche digitalisiert, dass es einfach wirklich grundlegend wichtig ist, dass Leute verstehen, was da passiert, was man mit diesen Mitteln machen kann, mit diesen Werkzeugen, wie Mobiltelefonen, Tablets oder so, die man halt wirklich mittlerweile global sehr weit verbreitet hat. Und ja, da muss man einfach die Bildungssysteme entsprechend anpassen, damit die Leute das verstehen, weil das meiner Meinung nach heutzutage einfach eine grundlegende Kulturtechnik ist. Und wenn man jetzt so den aktuellen Status zynisch anschauen würde, dann würde ich sagen, okay, die Leute verstehen so mittlerweile, dass es so etwas wie Bleistifte gibt und es hat fast jeder einen Bleistift in der Hosentasche, ja. Aber mehr als irgendwelche Gritzeleien kriegt noch keiner hin, ja. Also nur weil die Leute einen Bleistift haben und damit irgendwie primitiv umgehen können, können sie jetzt keine Geschichten schreiben oder da irgendwie auf dieser Ebene wirklich was weiterbringen. Ja, also ich glaube, da könnte ich jetzt sehr, sehr lange reden und das wäre, glaube ich, ein sehr langer Monolog, der das Format, wo es sprengen würde. Aber es gibt mehrere Aspekte, an denen ich das festmache. Eine davon ist schon einfach ganz klar numerische Geschichte, wenn man sich anschaut, heute gibt es weltweit circa sieben Milliarden Mobiltelefone bei, glaube ich, einer Weltbevölkerung von geschätzten acht Milliarden oder so. Das heißt, es ist ein Grad der Vernetzung und der Zugang zu, auch wenn es mal nur SMS sind, grundlegenden Informationstechnologien und Services und Informationen, die es vorher so global einfach noch nicht gegeben hat. Also man muss sich das trotzdem, glaube ich, auf der Zunge zergehen lassen, wenn man jetzt einfach ein Ding hernimmt, wie jetzt ein x-beliebiges Mobiltelefon und wenn ich die Nummern hätte, könnte ich theoretisch jetzt sieben Milliarden Menschen anrufen, ja. Das hat es in der Menschheitgeschichte so noch nicht gegeben. Und das ist mal eine ganz grundlegende, wichtige Entwicklung einmal. Der nächste Aspekt ist, dass es einfach im Bildungsbereich doch schon sehr viele spannende und interessante Initiativen gibt und sehr viele Erfahrungen, nicht nur der letzten fünf Jahre, sondern überall schon der letzten 30 Jahre, wo es eben um die Kernfrage geht, wie kann man Informations- und Kommunikationstechnologie jetzt wirklich als sinnvolles Bildungswerkzeug verwenden. Und eine der Initiativen, mit der ich sozusagen groß geworden bin und wo ich die letzten Jahre sehr viel gemacht habe, ist die sogenannte One Laptop per Child-Initiative, ist vor allem bekannt worden für dieses Konzept von einem 100-Dollar-Laptop, also einem sehr kostengünstigen Laptop, der vor allem für Entwicklungsländer und dort für den Schulbereich entwickelt worden ist, um Kindern eben dieses digitale Lernwerkzeug zu geben. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, da hat sich die letzten sieben, acht Jahre einfach sehr, sehr viel getan. Mittlerweile muss man leider sagen, ist das Projekt oder die Initiative selber ein bisschen absteigend nasst aus verschiedenen Gründen. Aber nur mal, um ein paar Zahlen zu nennen, also zum Beispiel in Uruguay hat wirklich jedes Kind zwischen der ersten und der neunten Schulstufe einen Laptop zur Verfügung. Das heißt, die kriegen das wirklich vom Staat finanziert und das ist genauso, wie man bei uns am ersten Schultag mehr oder weniger mit einer Schultüte herumläuft und mit dabei Heften, kriegt dort jedes Kind, sobald es in die Schule kommt, einen eigenen Laptop. Das ist jetzt nicht nur dieser OLPC-Laptop, sondern verschiedene Geräte, mittlerweile auch Tablets und sonstige Sachen. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, also ein Land mit dreieinhalb Millionen Einwohnern hat knapp 800.000 Laptops oder sonstige Geräte jetzt im Schulbereich einfach drinnen. Das heißt, da ist diese Idee von One Laptop per Child einfach wirklich schon umgesetzt worden, mit verschiedenen Schwierigkeiten und es gibt natürlich noch Herausforderungen für die Zukunft, aber da ist schon mal sehr, sehr viel passiert auf dieser Ebene. Oder wenn man sich anschaut, in Peru sind über Millionen von diesen Laptops verteilt worden. Ihr habt gehört, es gibt in China teilweise Pilotprojekte, wo 1 Million Kinder mit so Geräten ausgestattet worden sind. Mobiltelefone werden in sehr vielen Ländern mittlerweile immer in Österreich in verschiedenen Schulklassen eingesetzt. Es gibt iPad-Klassen, es gibt digitale Whiteboards, in den USA gibt es sehr viele Initiativen dazu und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt da wirklich einen Druck, da in dem Bereich etwas zu machen, es gibt schon sehr viele Erfahrungen, aber momentan ist mit Ausnahme von Ländern wie Uruguay, ist es halt noch alles auf einer sehr kleinen Ebene. Also ich glaube, in Österreich ist vielleicht jede 100. Klasse oder jede 50. Klasse wirklich digital gut ausgestattet. Das heißt, das zeigt ja schon, da besteht Interesse, da besteht auch ein gewisser Handlungsbedarf einfach, weil die Leute ja sehen, dass die Lebensrealität digital wird oder immer digitaler wird und dann ist irgendwie absurd, die Schule, die ja Kinder und Menschen auf die Zukunft vorbereiten soll, einfach nur sehr analog zu führen. Und ich glaube, die dritte Geschichte ist einfach, dass man einfach gerade die letzten fünf bis zehn Jahre, unter anderem durch Mobiltelefone, aber durch viele andere Geräte einfach sieht, dass eben diese Digitalisierung wirklich alle Lebensbereiche durchdringt. Informatik oder eben früher, wie es geheißen hat, EDV, elektronische Datenverarbeitung, war ja etwas, was immer sehr stark in einem Büro stattgefunden hat. Und es haben sehr viele Leute schon lange einen Computer gehabt, an dem sie gearbeitet haben, aber an dem sie sonst nicht viel gemacht haben irgendwie. Und dadurch, dass jetzt jeder einen sehr mächtigen, vernetzten digitalen Computer dauernd in der Hosentasche und tragt, sind einfach viel mehr Bereiche, die digitalisiert werden. Es ist egal, ob es jetzt um Electronic Health, um Electronic Government, um Rechtsgeschichten geht, um wo man sich informiert über Produkte, wo man sich ausdruckt über politische Bewegungen, wo man seine Reisen bucht, wo man seine Produkte kauft etc. etc. Also ich glaube, da passiert auf sehr vielen Ebenen sehr viel und das erfordert meiner Meinung nach auch eben als Conclusio dann, dass man eben den Bildungsbereich auch vernünftig digitalisiert, um die Leute auf die Zukunft vorzubereiten. Ja, ich glaube, das ist eh das, was ich im vorigen Bereich schon sehr stark erwähnt habe. Also es ist ja nicht, dass die These an und für sich die Welt verändert, sondern ich sehe es eher von der anderen Seite, die These beschreibt eine Veränderung, die in der Welt schon tatsächlich passiert. Also in dem Sinne verändert die These nicht sehr viel, sondern ich glaube, das ist einfach in vielen Bereichen schon eine Tatsache. Vielleicht trotzdem nur als kleines, persönliches Beispiel von der Mauerung, wenn man sich jetzt überlegt, dass irgendwie ein Kind, das jetzt im September zum ersten Mal in die Schule gegangen ist, also Erstklassler, Erstklasslerin, wenn die jetzt den ganzen maximalen Bildungsweg mit einer Matura und einem Studium und einem Master durchlauft, dann wird das Kind irgendwann 20, 30 oder sowas voraussichtlich aus diesem Bildungsbereich rauskommen und dann irgendwann mal arbeiten oder im Forschungsbereich tätig sein oder was auch immer. Und wenn man sich überlegt, dass heute im Jahr 2014 schon, wie groß die Anforderungen an digitale Kompetenzen eigentlich sind, in fast allen Berufsfeldern, da muss man nur wirklich wenig extrapolieren und braucht nicht sehr viel Fantasie, dass man sich gut ausrechnen kann, dass 2030 oder 2031 diese Anforderungen noch viel größer sein werden. Und dadurch wiederum ist für mich sehr, sehr schlüssig oder eindeutig klar, dass da so einfach rein analoge Bildung nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich glaube, was mir notwendig ist, ist, dass man wirklich, und ich glaube, da finde ich eben gerade diese Lehrveranstaltung, gesellschaftliche Aspekte der Informatik auch sehr reizvoll, ist einfach, dass man technologische Entwicklungen und gesellschaftliche Entwicklungen in Kontext setzt. und sie gemeinsam betrachtet. Also eben gerade diesen Bereich, eben im Einsatz von Technologie im Bildungsbereich, rein technologisch zu betrachten, geht einfach nicht weit genug und missversteht dann auch die Probleme. Es gibt eben im Amerikanischen diesen Ausspruch, Das heißt, wenn man nur von der technischen Seite kommt, dann sieht auf einmal jedes Problem, das es in der Welt gibt, sieht man immer nur als technisches Problem. Wobei natürlich die Tatsache ist, dass wiederum gerade, wenn man sich Entwicklungsländer anschaut, die Probleme, die es vor allem gibt, sind politische Probleme, wirtschaftliche Probleme, Probleme von Abhängigkeiten, von Hegemonien, von verschiedenen kulturellen, sozialen Aspekten. Aber ich bin einfach überzeugt davon, dass man Technologie wirklich als sinnvolles Werkzeug einsetzen kann. Jetzt nicht als Allheilmittel und Lösung selber, aber als Werkzeug, damit die Gesellschaft diese Probleme in einer zeitgemäßen Art und Weise lösen kann. Und ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, dass man da einfach sehr viel Wissen und Erfahrungen aus sehr vielen, eben auch großartig nicht technologischen Bereichen zusammenführen muss. Verschiedene Gruppen, verschiedene Expertisen, um dann entsprechend sinnvolle Lösungsvorschläge zu entwickeln. Was ich sehe als die potenziellen Vorteile, ist einfach klar, dass einfach Leute prinzipiell wirklich in dieser Gesellschaft, in dieser digitalen, in der wir leben, partizipieren können. Und einfach wirklich von den Technologien nicht abhängig sind. Und auch wirklich verstehen, was auf politischer Ebene passiert. Also egal, ob es jetzt Überwachungsgeschichten ist, natürlich gerade ein sehr aktuelles Thema, seitdem Edward Snowden. Aber prinzipiell auch wirtschaftliche Aspekte. Was bedeutet das, wenn ich jetzt auf Facebook auf einer Plattform bin, die kann ich gratis benutzen, aber die trotz einen gigantischen wirtschaftlichen Wert. Es gibt eben dieses geflügelte Wort, wenn man für eine Plattform nicht zahlt, dann ist man nicht der Benutzer, sondern ist man das Produkt. Weil meine Daten werden im Endeffekt vermarktet. Egal, ob man das jetzt gut oder negativ findet, aber dessen sollten sich Leute bewusst sein. Und negativ, glaube ich, ist das größte Hindernis oder die größte Herausforderung, dass man wirklich versucht, das Ganze irgendwie egalitär zu machen. Also das nicht schon die heutigen Eliten, also das ist vor allem halt Westeuropa, USA, Australien, Japan und halt Oberschichten im Rest der Welt irgendwie, vor allem von diesen Möglichkeiten und diesem Potenzial, die digitale Technologien einfach bieten, profitieren. Sondern also wirklich auch versucht, jedem Menschen, jedem Mann, jeder Frau, jedem Kind auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Und dementsprechend auch die Technologien dafür entwickelt und dann auch kontextualisiert in die jeweiligen Bereiche. Sozusagen das Worst-Case-Szenario wäre, dass man, oder es gibt es in gewissen Bereichen jetzt schon, dass man irgendwie noch eine weitere, noch eine größere Trennung oder eine größere Kluft schafft zwischen den Haves und den Half-Nots. Und es gibt ja da gerade im digitalen Bereich schon einige Konzepte, die hindeuten, oder einige Ansätze, die darauf hindeuten, dass es tatsächlich ein Problem wird. Weil ich habe wieder sehr viel über diesen Digital Gap oder Digital Divide gesprochen. Und mittlerweile gibt es auf der Forschungsseite den Ausdruck sozusagen der Digital Divide zweiter Ordnung. Das heißt, die Digital Divide erster Ordnung ist, dass die Leute keinen Zugang prinzipiell zu den Geräten haben, zu Mobiltelefonen, zum Internet und sonstigen Sachen. Und jetzt geht es aber darum, um die Digital Divide zweiter Ordnung, dass sie zwar prinzipiell einmal Zugang zu diesen Geräten haben, aber nicht wissen, wie sie diese Geräte vernünftig verwenden und dann halt das, was potenziell an Einkommen oder Zeit dafür zur Verfügung steht, einfach verwenden, um, ja plakativ gesagt, Katzenfotos auf Facebook oder so anzuschauen. Das heißt, ich glaube, da muss man schon sehr stark einfach auf dem Wissenslevel arbeiten. Und ich glaube, das ist nicht noch etwas, was auf globaler Basis basiert, sondern auch ganz konkret in Österreich. Es hat, und ich werde dann noch einen Link dazu setzen im Nachhinein, es hat eine sehr gute Studie gegeben, die von der OCG, der österreichischen Computergesellschaft, veröffentlicht worden ist vor einigen Monaten, wo erfasst worden ist in Österreich in Umfragen. Einerseits, wie gut Leute glauben, dass sie mit Informations- und Kommunikationstechnologien umgehen können. Und dann anhand von einem standardisierten Test ist nachgewiesen worden, wie gut oder nicht, dass sie sie auskennen. Und der Gap zwischen diesen beiden Aspekten war gigantisch. Das heißt, die Leute glauben im Schnitt vom Schulnotensystem, sie können sich am Level von einer 2 circa aus. Und laut Schulnotensystem hätten die meisten Leute nach diesem Test aber eher einen 4er. Das heißt, diese Wahrnehmung ist in allen Gesellschaftsebenen und auch gerade in Österreich sehr weit verbreitet, dass man sich mit diesen Dingen sehr gut auskennt. Aber die Tatsache schaut dann ganz anders aus. Und das ist insofern auch problematisch, weil wenn man kein Bewusstsein dafür hat, was man nicht weiß, dann wird man keinen Anreiz haben, dass man sich damit beschäftigt und weiterbildet. Und ich glaube, das sind schon sehr, sehr spannende, schwierige Herausforderungen, in denen man da kämpft. Also mit negativen Auswirkungen tue ich mir jetzt prinzipiell immer schwer, was zu sehen. Es ist natürlich schon so, wenn man es global betrachtet, ist es für sehr viele Länder, ist es einfach momentan noch finanziell eine große Herausforderung. Und das macht keinen Sinn in einem Land wie Nepal zum Beispiel, wo, glaube ich, durchschnittlich pro Kind und Schuljahr 40 Dollar für die Bildung zur Verfügung stehen. Jetzt egal, ob es ein 100-Dollar-Laptop ist oder 50-Euro-Mobil-Telefon zu investieren. Das ist einfach finanziell nicht tragbar und nicht rechtfertigbar. Da muss man zuerst in schulische Infrastruktur, in Lehrerinnen, Ausbildungen, in diese Aspekte einfach investieren. Das heißt, da ist eher für mich das Risiko, unter Anführungszeichen, dass Länder zu früh diesen Sprung machen wollen und dadurch andere Sachen vernachlässigen. Weil was eben ganz wichtig ist, nur wenn man jedem Kind ein Laptop oder ein Tablet oder ein Mobiltelefon gibt, passiert jetzt nicht magisch irgendwas und alle Leute werden reich und schön und gebildet und die PISA-Ergebnisse gehen rauf oder sonst irgendwas. Es ist einfach ganz wichtig, dass man da sehr viele Ebenen berücksichtigt. Also es muss mal die Infrastruktur vorhanden sein. Das heißt, es muss Strom geben, Internet idealerweise, aber auch logistische Infrastruktur. Bei so Geräten muss man sich natürlich auch, egal wie robust sie sind, man muss sich um Wartung kümmern. Wann was kaputt wird, wie kann man das Ganze reparieren, was kann man auf der Software-Ebene machen, wie kriegt man neue Software-Versionen raus. Es ist sehr wichtig, dass man die entsprechenden digitalen Lerninhalte auch hat. Weil nur wenn man jetzt ein Gerät hat und das ganze Curriculum und die Prüfungen am Ende des Hörers, die festlegen, ob man die nächste Schulklasse kommt und wenn es weiterhin analog bleibt, bringt man sehr wenig Erfahrung, wenn man einen Laptop hat. Man muss sich um Lehrerinnen-Ausbildung kümmern. Wie kann zukünftige Generationen von Lehrerinnen, aber vor allem auch die ganzen aktuellen Lehrerinnen, diese neuen Methoden und Mittel, die zur Verfügung stehen, auch wirklich verwenden. Man muss sich auch darum kümmern, dass man einfach allgemein die breitere Zivilgesellschaft in so Projekte mit einbezieht. Weil das soll dann nicht etwas sein, was irgendwie nur von einer Regierung vorgegeben wird, sondern Bildung ist ja eine der wichtigsten gesellschaftlichen Subsysteme, zumindest meiner Meinung nach. Da muss es einfach eine gesellschaftliche Partizipation auch geben. Und der letzte Punkt natürlich ist, wie kann man solche Projekte evaluieren? Was sind tatsächlich die Outcomes am Ende des Tages? In was für Richtung soll es überhaupt gehen? Geht es darum, dass wir jedem Schüler, jeder Schülerin beibringen, dass er oder sie programmieren können? Oder geht es auf einer anderen Ebene darum, dass sie diese digitalen Werkzeuge einfach prinzipiell als Technik verwenden und in verschiedenen Lebensbereichen einfach auch verwenden können? Also da gibt es sehr viele Ebenen, das heißt, es ist sehr schwierig, so ein Projekt richtig zu machen und nur jedem Kind einen Laptop zu geben oder ein sonstiges Gerät, würde einfach da sehr wenig bringen. Und das ist ja auch meiner Meinung nach eine der starken Erfahrungen oder eine der starken oder wichtigen Lektionen von dem One Laptop per Child Projekt in den letzten Jahren. So genug mit dem Negativen. Und auf der positiven Seite würde ich einfach sagen, dass es, wenn sowas richtig umgesetzt ist, ist es, glaube ich, wirklich ein mächtiger Schritt zu einer faireren Gesellschaft, einer globalen Gesellschaft, wo alle Leute die Möglichkeit haben, sich zu organisieren, bei politischen Anliegen Informationen auszutauschen und alle diese Utopien, unter Anführungszeichen, die auch gerade am Anfang bei der Etablierung vom World Wide Web sehr stark im Vordergrund gestanden sind. Und einfach wirklich die Möglichkeit, dass im Endeffekt jedes Kind, egal wo es jetzt zur Schule geht, einen hohen Level auch von digitaler Kompetenz erwirbt, der es ihm oder ihr auch dann möglich, dann einfach global auf einem globalen Jobmarkt oder, muss nicht nur Jobs sein, aber auch vom Forschungsmarkt oder bei NGOs oder sonst wo drinnen, einfach wirklich zu partizipieren. Und wie gesagt, oder wie ganz am Anfang gesagt, es werden einfach immer mehr Lebensbereiche digitalisiert und meiner Meinung nach müssen einfach Leute global gesehen einfach die Kompetenzen haben, in diesem Bereich mitspielen zu können. Also was ich mir prinzipiell einmal wünsche, ist, dass eben, wie ich vorher schon ganz kurz angesprochen habe, dass es eine bessere Verschmelzung gibt, eben von gesellschaftlichen Aspekten und technologischen Entwicklungen. Es ist schon sehr oft so, dass früher ist immer vom akademischen Elfenbeinturm gesprochen worden, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sehr viele technische Entwicklungen einfach auch nur noch in einem kleinen Kämmerlein entwickelt werden, nur für bestimmte Zwecke, anstatt dass man sich jetzt wirklich überlegt, was für sinnvolle Entwicklungen kann man mit dieser Technik der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Als Beispiel, ich weiß nicht, ob man wirklich die nächste App braucht, damit man noch schneller Hotels irgendwo buchen kann. Sollte man sich vielleicht eher überlegen, okay, wie kann man das wissen, das Know-how, die Infrastruktur, auch das Geld, was dahinter steckt einfach, kann man das vielleicht in der Entwicklung für medizinische Anwendungen, für, keine Ahnung, irgendwo in Guatemala oder Nepal oder sowas verwenden. Also da einfach wirklich zu schauen, auch als Techniker, Technikerin, sich zu überlegen, wie kann man die Fähigkeiten, die man auch zum Beispiel an der Universität, wie jetzt an der TU Graz und in Lehrveranstaltungen wie Gadi einfach entwickelt, wie kann man die wirklich auch zum gesellschaftlichen Nutzen führen und nicht nur, dass man selber nur ein besseres Gehäut kriegt und was auch immer irgendwie. Also ich glaube, das wäre schon der gesellschaftliche Auftrag, weil immerhin unsere Studien bezahlen nichts oder de facto nichts dafür, wird von der Gesellschaft finanziert. Das heißt, auch was da rauskommt, muss man der Gesellschaft wieder zur Verfügung stellen. Also das auf dieser einen Ebene. Auf der anderen Ebene glaube ich eben sehr stark, dass eben die digitale Bildung sowieso sich von selber langsam entwickeln wird und weiter verbreiten wird. Aber mein Traum ist auf jeden Fall, dass man sagt, okay, jeder Schüler, jede Schülerin, die, keine Ahnung, nächstes oder übernächstes Jahr in die Schule kommt, hat schon in der Volksschule einen direkten Kontakt zur Technologie, egal auf was für Ebene das ist. Ob es jetzt darum geht, dass man mit einer Digitalkammer verfolgt, wie sich die Flora und Fauna jetzt im Schuljahr im Schulgarten entwickelt oder ob es um Geografie geht oder Geschichte irgendwie interaktiv in E-Books aufzuarbeiten oder natürlich auch Programmieren oder sonstige Geschichten. Also da wünscht man wirklich, dass da Kinder pädagogisch sinnvoll, didaktisch wertvoll eben an diese Technologien herangeführt werden und dass da wirklich jedes Kind die Möglichkeit hat, jetzt natürlich in Österreich, prinzipiell global, mit solchen Sachen umgehen zu können. Und ja, das wären sozusagen die Träume und Visionen, die ich hätte. Vielen Dank.